So, wen haben wir da? Joli und Elli. Und wie seid ihr heute verkleidet? Ist heute Halloween? Nein, es sind zwei Maharajas. Maharajas seid ihr? Ja. Woher? Ich bin ein Pirat und er ist der, ich bin 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 der, und ich bin der Prinz und er ist der Kaiser. Aha, und woher kommst du Prinz? Wo bist du ein Prinz? In Deutschland? Wo dann? Er ist von den Griechen. Von den Griechen? Ich habe gedacht, ihr seid Saharajas, aber die sind doch in Indien, oder? Ja. Nö, wir sind, ich, ich, ich bin in Indien. Und du, Jonathan, wo bist du? Äh, ich bin, äh, ich bin in, in Jerusalem geboren. In Jerusalem bist du geboren? Du, mit deinem Hut, du schaust eigentlich eher aus wie ein Pilgrim. Ja. Machst du dich auch mal in einen Maharaja verwandeln? Ja. Verwandle dich mal schnell in einen Maharaja. Oh, jetzt aber, jetzt haben wir die beiden Maharajas zusammen. Der Maharajas von Jaipur und der Maharajas von Kathmandu. Wer ist Kathmandu? Ja, das ist ja auch so ein Bezirk in Indien. Ich bin doch von Jerusalem. Von Jerusalem? Bist du einer von den Heiligen Drei Könige? Die haben vielleicht auch so ausgeschaut. Aus dem Morgenland. Ich auch. Du auch. Ich bin der König von den Heiligen Drei Könige. Der Heiligen Drei Könige. Und wann kommen die? Jetzt. Jetzt noch nicht. Nächste Woche. Warum? Weil so lange haben die gebraucht, wo sie den Stern gesehen haben von Bethlehem. Bis sie hingekommen sind. Nach Bethlehem. So, sagt sie mal auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.